Als Feuerwehrmann auf Staten Island habe ich schon viel Schreckliches gesehen. Aber nichts davon hat mich auf den 15. August 1951 vorbereitet. An diesem Tag erschienen die riesigen Maschinen am Himmel und verbreiteten Angst und Schrecken in den Straßen. An diesem Tag wurden wir angegriffen. Gnadenlose Kreaturen fielen über die Stadt her. Sie töteten Männer, Frauen und Kinder. Die meisten starben schnell. Aber einige arme Seelen wurden zusammengetrieben und irgendwo hingebracht. Im Radio hörten wir, dass wir über die George Washington Brücke aus Festland evakuiert werden. Einige mutige Männer und Frauen, die sich die Minutemen nannten, sollten uns dabei helfen. Aber ich werde nicht flüchten. Natalie, Rachel, ich werde euch retten. Ich werde euch nicht mehr. Vielen Dank.